In diesem Programm geht es nur um die Problemzonen der Frauen in den Wechseljahren. Ich habe das Programm so aufgebaut, dass du eine Schritt-für-Schritt-Einleitung von mir bekommst. Und zwar Tag 1 bis 28. Du bist bereit. Wir heben jetzt mit der Ausatmung das Bein an, mit der Einatmung legt ab. Und das wiederholen wir. 2. Wir gehen immer direkt ins Gesäß hinein. 3. Wir haben kein Ausweichen. Das ist nicht das. Und wenn wir jetzt bei der 12 sind, bleiben wir auf Schulterhöhe mit dem Arm nach hinten ausgestreckt. Wir schauen zu dem Arm. Das ist meine Einatmung. Meine Ausatmung geht der Arm nach vorne. Super. Achtung, jetzt fängst du an, das Bein anzuheben. Das ist deine Einatmung. Mit der Ausatmung flex den Fuß, lass ihn rangezogen und komm nach unten. Und das wiederholen wir. Langer Fuß nach oben mit dem langen Bein. Flex Fuß mit dem langen Bein nach unten. Danach wird es ernst. Es geht los in die gerade Bauchmuskulatur. Zieh und halte bitte deinen Bauch während der Übung die ganze Zeit nach innen. Ich gebe dir eine genaue Anleitung, wie du vorgehst, wie du zu atmen hast, was du zu beachten hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und du kannst mich gerne jederzeit kontaktieren, wenn du Fragen an mich hast. Alles Liebe, deine Gabriela. WDR mediagroup B